Hallo Leute, weiter geht's bei UK Watch 2. Im letzten Part haben wir hier diesen Riesen hier besiegt. In Kreis 4. Und jetzt gehen wir weiter. Runter. Runter in Kreis 5. Gab es sieben Kreise, ich bin mir da gar nicht mehr mal so sicher. Kiste irgendwo? Nö. Da ist eine Leiter, nehmen wir erstmal die. Die geht wieder hoch. Was? Oh, das ist jetzt hier eine Abkürzung. Oh, sehr gut. Kann ich mir dieses Scheiß-Labyrinth da unten immer sparen. Das ist gut. Obwohl, wenn man weiß, wo du euch, ist es gar nicht mal so ein Problem. Das sind überall Gegner, aber keine Kisten. Deswegen direkt weiter. Wer wartet das nächste auf uns, Leute? Wer? Ich weiss es nicht. Hier ein kleiner UK auf jeden Fall. Und dann hier weiter. Grosser Raum. Da unten, ich sehe es auf der Karte. Es ist... Ah, dieser, dieser, dieser Doktor-Typ da. Wie ging der nochmal? Ähm, wie ging der nochmal? Ich weiss es nicht. Versuchen wir es. Doktor, no good. Sag mal, Shony. Was würdest du gerne essen, wenn wir hier raus sind? Was? Ist ihm langweilig? Doch, ich glaube, wieder zu wissen, wie der geht. Ich glaube, wieder zu wissen, wie der geht. Versuchen wir es erst mal. Ich glaube, ich muss jetzt diese kleinen Herzen hier kaputt machen. Ansonsten heilt er sich immer. Glaube ich zu wissen. Uh, Demona. Nicht beseelend hier. Ah, Shit, da ist ein Herz. Über dem Kopf von, 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 von Bandido. Das muss ich kaputt machen. Das da. Zack. So. Da ist nochmal eins. Ich weiss nicht mehr genau, was die machen würden. Ich glaube, sie würden ihn irgendwie heilen oder so. Ihr könnt mir helfen, nach solchen Herzen Ausschau zu halten. Das fände ich ziemlich cool. Shit, da rechts ist eines. Ich hab's gesehen. Da rechts. Da ist eines, ja. Da ist noch eines. Ja, immer gut Damage machen hier. Oh, fuck. Was macht der da? Yes. Er ist angreifbar. Los, prügelt die Scheiße aus ihm raus. Ich glaube, viel mehr kann der nicht tun. Seht euch das an? Nein, Bandido, warum immer daneben? Und er ist wieder da. Kleinen Herzen. Oh, fuck. Und diese Vorbereitung von Schnuckiputz. Doppeltes Risiko. Was macht der? Oh Gott, alle beseelt. Aber Schnuckiputz ist bereit. Dann wechseln wir. Dann zerstören wir dieses Kack. Herz. Sehr gut. Dann können wir beginnen mit der Reinigung. Hoffe ich. Komm schon. Da ist ein Herz. Da, 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 da. Da, da, unter dem Tisch. Hab's gesehen. Nein, da ist nochmal eines. Da. Gut. Okay, aber dann Dämona unbedingt reinigen. Sie gehört zu unserem Primärangriff. Schnuckiputz sind auch beseelt. Hör jetzt auf, unsere Jokas zu beseeln. Und hör auf solche scheiß Ernst. Solche scheiß Ernst sporen hier. Okay, gut. Geheilt. Fantastisch. Dann noch die restlichen. Hier wieder reinigen. Und zwar schnell. Dann sollte ich... Oh mein Gott. Der beseelt immer meine Jokai. Da ist wieder ein Herzchen. Links über Glatia. Ich hoffe, ihr seht, warum ich hier solchen Terror mache. Weg mit zum Herz. Der beseelt ständig meine Jokai. Ich kann irgendwie nicht viel tun. Da ist schon wieder so ein Herzchen. Ich kann doch nicht meine Augen überall haben. Da sind das schon zwei. Eins und zwei. Komm schon. Da ist noch Ehrlicht. Nehme ich auch. So, gut. Schnuckiputz, danke, dass du dich um die Heilung kümmerst. Und... Ey, ich hab's jetzt schon wieder beseelt. So. Verpackt das Herz hier und... Verpackt das Herz da. Na, das ist schon wieder so eines. Scheiß Herz. Habt ihr gesehen? Er hat sich geheilt. Verdammter Penner. Und klopfen, 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 klopfen. Komm schon, Glatia, bitte. Oh, Schnuckiputz. Nicht gut. Da verkacktes Herz. Getroffen. Gut. Dornian. Ich komme hier kaum aus dem Reinigen raus. Ist nicht gut. Doppeltes Risiko. Nein, so nicht. Wir wechseln natürlich unsere Yo-Kai. Hier. Und wir bereiten auch die Ultrasill von Demona vor. Wer weiss, ob sie durchkommt. So. Nein, Dornian und Shibania sind weg. Okay, Demona. Hau dem Fee noch ein bisschen Damage rein. Die Hälfte haben wir. Ja, es war immer ein bisschen Damage. Ist das schon wieder so ein verkacktes Herz? Schon zwei. Ich bin hier am Reinigen. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Da weg. Und da weg. Komm. Gut. Und Glatia ist schon wieder besielt. Das ist nicht gut. Ich komme gar nicht zum Heilen. Ich komme echt nicht zum Heilen. Da hinten ist ja ein verkacktes Herz. Äh, gibt's denn sowas? Weisst du was? Bandido, mach du mal ein bisschen hier Ulti sehen. Ich komme nicht gleichzeitig zum Herzen zerstören. Zum, oh, zum Reinigen und zum Heilen. Das geht nicht. Was guckst du so? Shit, das sind schon wieder zwei Herzen. Schlopfe hier wie ein Bescheuerter. Was ist diese... Hey! Hör auf, meine Jogkeit zu besiedeln! Das gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht. Nee, 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 nee. Moment, Moment, Moment. Bevor ich was mache, zuerst Dämona noch heilen. Mein Gott! Enorm viele. Dämona, perfekt. Kacke jetzt. Gut. Jetzt, das gibt's nicht. Kann der auch noch was anderes besiedeln und nerven? Dämona, komm. Mein Gott, alle. Alle sind ständig besiedelt. Diese Kackherzen. Es sind schwer, sie zu treffen. Schnuck, die Putz. Du musst auf jeden Fall gereinigt werden. Als nächstes muss ich unbedingt Glatia heilen. Unbedingt. Hey, der besiedelt ja immer meine Jogai. Ich krieg halt die Krise. Hier, Glatia, zack. Ich krieg euch die Krise. Ich hab niemanden, der wirklich angreifen kann, weil der ständig alle meine Jogai besiedelt. Seht ihr das? Wenn ich nicht ständig versuche, seine scheiß Herzen irgendwie zu regenerieren, dann hab ich ihn... Ey! Seht euch das an! Seht euch das an! Der besiedelt ständig alle meine Jogai. Ich kann nicht so schnell reinigen, wie es nötig wäre. Das geht nicht. Und schon wieder beseelt. Leck mich, du verkackter Idiot! Menschens Kind! Ja, ein bisschen Damage kann ich immer reinknüppeln, aber nicht so viel. Oh, es sind schon wieder zwei Herzen aufgetaucht. Das weg. Und das weg. Was macht der Idiot jetzt schon wieder? So, jetzt bitte prügel die Scheiße aus ihm raus. Hat sich Bandito jetzt gerade selber verletzt? Dämlich, Idiot. Das gibt's nicht. Hier, heilen, zack. Und dann Bandito reinigen, sagte ich. Komm! Und dann ist unser Team wieder da. Nein, der lebt schon wieder. Komm, aber jetzt prügelt die Scheiße aus ihm raus. Jetzt! Jetzt könnt ihr es schaffen, Leute. Das ist hier so ein Herz. Gut, 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 gut. Komm schon! Viel fällt nicht mehr. Oh, daneben! Glatia, komm! Mach ihn alle! Mach ihn alle! Bitte! Oh, komm, noch ein guter Damage! Nein! Da ist schon irgendjemand. Ja, der Mona, beinahe! Komm! Noch einmal! Nein, daneben! Nein, auch daneben! Du sagst Gott, was ist denn los? Warum alle daneben? Ah, nein! Glatia, komm! Glatia! Oh, der Schnucki-Putz. Das war übel! Da waren wieder drei Herzen, die ich hätte zerstören müssen. Oh Gott, das war wieder, das war wieder hart, das war wieder ultra hart. Okay. Hat sich gelohnt. Oh, 12.000 Erfahrungspunkte! Ja, das sieht man gerne. Die Banja haben bereits 11,70. Oh mein Gott, wie ich verkrampft hier sitze. Okay, auch das haben wir geschafft. Und für mich heißt es jetzt wieder, den ganzen weiten Weg zurücklaufen, Yo-Kais heilen und speichern. Aber für euch war es das erste Mal für heute mit Yo-Kai Watch 2. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!